Und alle Moinsen zum Preview-Podcast zum Heimspiel. Morgen zu Hause gegen Erzgebirge Aue, die aktuell tatsächlich auf Platz 6 sitzen, hinter Heidenheim und Fürth. Jeweils ein Punkt Abstand auf Heidenheim und Fürth. Auf uns haben sie 5 Punkte Abstand und dann eben auf den HSV 7 und auf Bielefeld 8. Da kann man direkt mal gucken, wie unsere Konkurrenten spielen. Der HSV muss zu Hause gegen Karlsruhe ran, die spielen gleichzeitig wie wir. Auch Samstag, 13 Uhr. Und Bielefeld zu Hause gegen Regensburg am Sonntag, 13.30 Uhr. Jetzt kann man davon ausgehen, alle spielen zu Hause, dass auch hoffentlich alle ihre Siege holen. Und dann sind wir gefühlt schon bei meiner, mal zu einem früheren Zeitpunkt, bei meiner Prognose, weil ich gehe davon aus, dass wir das Spiel hoffentlich gewinnen. Vor allem nach so einer Pokalleistung musst du daran anknüpfen und musst einfach, vor allem wenn du aufsteigen willst, radikal diese Heimspiele alle mitnehmen. Und da stehen wir auch gut dabei mit den Heimspielen. Auch Heidenheim, das 3-0 war eine gescheite Leistung. Wenn wir die Leistung vor allem wie im Pokal gegen Leverkusen zeigen, sollten wir Aue zu Hause auch hoffentlich schlagen können. Auch wenn die halt absolut alles andere als irgendwie zu unterschätzen sind mit dem sechsten Platz. Letzte Woche haben sie zu Hause 0-0 gegen Bielefeld gespielt. Das haben wir auch geschafft in der Hinrunde. Das war ein relativer Kackkick damals in Aue. Aber zu Hause sieht es immer, oder wenn Aue spitze ist, sieht es meistens auswärts noch ein bisschen anders aus. Da bin ich zum Beispiel mit Wiesbaden verloren auswärts. Zu Hause gegen Fürth gewonnen, das ist jetzt eher Heimstärker vom Gefühl her. Auch auswärts bei Hannover verloren. So wenn man jetzt mal ein paar Spiele durchgeht, so ein bisschen die Vergleiche zieht. Mit dem Bochum verloren auswärts. Er fährt zu Hause gegen St. Pauli. Und also die haben, wenn ich nur mal die Ergebnisse, die letzten Ergebnisse anschaue, haben die scheinbar echt eine Art der Auswärtsschwäche. Offenbar bleibt das so bei dem Spiel. Morgens so auch. Und da ziehe ich mal wieder das schöne Ding da mit rein, was dieser letzte Tweet da nach dem Pauli-Spiel. Der HSV und Bielefeld haben da verloren und blablabla. Kann man es jetzt nämlich auch mal schön reinziehen, denn der HSV hat zu Hause gegen Aue 4 zu 0 gewonnen. Und Bielefeld 3 zu 1. Dann könnt ihr euch bitte auch daran ein Beispiel nehmen, lieber VfB. Genau, so ein extrem kurzer Preview-Podcast. Wir haben gegen Aue auch bisher, wenn das hier stimmt, von fußballdaten.de bisher dreimal gespielt. Natürlich zweimal in der letzten zweitiger Saison und einmal bisher in dieser Saison. Haben einmal 0 zu 4 gewonnen in Aue und haben einmal 3 zu 0 zu Hause gewonnen in der Aufstiegssaison. Und dann das 0 zu 0, was wir kennen. Also wir haben gegen Aue lustigerweise tatsächlich noch kein einziges Tor gespielt. Hoffentlich bleibt das so für den Samstag. PK, also später kommt auch der Trailer, wo ein Schnipsel von der PK drin ist. Oder weil da echt viel Inhalt drin ist. Diesmal auch den Pokal noch irgendwie noch eingebaut bekommen. Die paar gescheitenden Szenen, die wir da ja durchaus hatten. Habe ja wie gesagt schon vorbereitet gehabt mit nur Pauli-Clips, weil ich dachte, ein Pokal kommt jetzt nicht viel, was irgendwie interessant ist. Aber da kamen ja ein paar coole Sachen. War ja echt eine gute Leistung im Pokal. Da habe ich ja im letzten Podcast schon genügend drüber geredet im Review-Podcast zum Pokalspiel in Leverkusen. Wie gesagt, Aue aktuell Sechster. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern kann. Heidenheim spielt. Das kann sich bestimmt noch irgendwie, irgendwas kann sich da bestimmt noch ändern oder könnte sich theoretisch noch was ändern. Haben wir Freitag. Das heißt, da sind heute Abend noch zwei Spiele. Bevor das Spiel morgens. Aber Stand jetzt sind sie erst mal Sechster. Tja, das musst du schlicht und ergreifend gewinnen. Wenn du aufsteigen willst, musst du vor allem die Heimspiele mitnehmen und mit der Leistung, die wir gezeigt haben in Leverkusen oder mit einer ähnlichen Leistung. Man kann es ja nie vergleichen, weil einfach Leverkusen einen anderen Fußball spielt. Wir waren da der Underdog. Das sind wir in der zweiten Liga dann nicht mehr. Die werden sich wieder mehr hinten reinstellen. Das wird wieder so ein ähnlicheres Spiel vermutlich wie jetzt St. Pauli und sowas. Deswegen kann man es nicht hundertprozentig so übernehmen, die Leistung wahrscheinlich. Kann ich aber einfach dranbleiben und jetzt nicht wieder direkt, was wir ja leider einfach oft hatten und haben, direkt einen Leistungsabfall machen. Das wäre halt völlig, völlig sinnlos. Und es war total sinnlos, jetzt nach so einer Leistung wieder in so ein 90-Prozent-Spiel reinzugehen und nicht alles zu geben, was ja leider oft der Fall war. Aber ich bin da jetzt erst mal gerade positiv gestimmt. Wer auf jeden Fall nicht für mich genannt spielen wird, hat er Matarazzo. Oh ja, schon gesagt in der Pressekonferenz heute Morgen ist, dass Mola und Eckloff nicht von mir genannt spielen werden. Finde ich ja einerseits natürlich schade. Hätte schon gerne einen Eckloff gesehen vielleicht für einen Förster oder sowas. Aber dann merkt man auch, dass die da ganz normal und ruhig und gut damit umgehen, dass wir jetzt gute Talente in unseren Reihen haben und die jetzt nicht irgendwie direkt überhypen oder sowas oder direkt vom Start bringen. Ich kann mir vorstellen, dass da Mola oder Eckloff oder wer auch immer Klimovic dann wieder von der Bank kommt oder so. Mal gucken, was da morgen auf dem Platz steht. Der ist wirklich ein Trainer, der sich sehr daran orientiert, wie der Gegner spielt und quasi gefühlt keine Stamm-Elf hat. So ein paar Spieler hat die eigentlich immer spielen, aber keine aufrichtige Stamm-Elf. Kobes, glaube ich, oder Fit, wenn ich es noch richtig aus der PK im Kopf habe, also wird er vermutlich spielen dann und sonst die üblichen Verletzten und Geplagten, die wir da so haben in unseren Reihen. Gucken, was da morgen auf dem Platz steht, weil er stellt sich ja wirklich immer sehr speziell scheinbar oder offensichtlich sehr speziell auf die einzelnen Gegner ein. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Schreibt euer Feedback, eure Prognosen zum Spiel gegen Aue. Dann gibt es noch heute Abend später einen Trailer und dann Stadion-Flog, wann auch immer der fertig wird und dann natürlich Review zum Spiel und so weiter und so fort. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.